Und der erste Punkt hier in dem Fokusartikel, wo die aufgelistet sind, ist die dauerhafte Senkung der Stromsteuer. Also nicht stumpf, irgendwie der Strompreis muss gedrückt werden. Wir brauchen irgendeinen Deckel, sondern konkret gesagt, die Stromsteuer soll gesenkt werden. Einfach mal offen gefragt, wie steht es jetzt im Vorschlag? Hat es Hand und Fuß? Macht das Sinn? Ja, also nehmen wir es jetzt mal, jetzt sehen wir es aus der wirtschaftlichen Seite. Also erstmal gesamtpolitisch, wir haben ja in der EU die Möglichkeiten, die Strompreise ein bisschen anzufassen. Da gibt es so eine EU-Untergrenze, die sieht auch der Friedrich Merz und auch der Dobrindt so. Und zwar sagen die beide, wenn man das auf das Minimum absenkt, dann verstößt man nicht gegen EU-Recht. Wie das jetzt zum Beispiel bei der Pkw-Maut damals ja war, wo dann ja auch welche geklagt hatten. Und dadurch hat man natürlich auch die Möglichkeiten, nicht nur den Unternehmer, sondern tatsächlich, und das finde ich super, auch den Bürger zu entlasten. Was gleichzeitig natürlich wieder zu mehr Kaufkraft führen wird. Weil wenn natürlich die Strompreise sinken, oder die Stromkosten sinken durch die Stromsteuer, dann tut es jedem gut. Und vor allem auch die Industrien, die, ich sage jetzt mal, viel mit Strom arbeiten, für die ist das natürlich auch eine willkommene Entlastung. Und das sehe ich eigentlich als sehr positiv an, weil wir haben, ich glaube im EU-Vergleich sind wir mit unter die teuersten in den Stromkosten. Das sind wir in der meisten Kategorie tatsächlich, muss man ja sagen. Durch diese einmal natürlich verbockte tatsächlich GroKo, die damals nach Fukushima das Aus der Atomkraftwerke beschlossen hat, was unseren Strompreis verteuert hat. Und natürlich jetzt der Krieg in der Ukraine. Deswegen ist das tatsächlich, würde das auch, glaube ich, einen großen Effekt machen. Und ich muss aber sagen, das Einzige, was mir an dem Punkt nicht gefällt, ist so diese reine Senkung der Steuer, finde ich gut. Aber ich finde, das hätte noch so eine Maßnahme wie zum Beispiel Vorschlag, schaltet doch die AKWs, die noch hier verbleibend sind, die auch bestimmt noch funktionstüchtig sind, wieder an. Oder wir modernisieren, wir bauen neu. Weil außenrum, wenn man das bedenkt, um uns rum bauen alle Atomkraftwerke, senken natürlich dadurch massiv ihre Stromkosten. Und ich glaube, in unserem Supermix, den wir haben, und ich bin jetzt kein Grüner, sondern ich bin einfach ein Verfechter davon, dass auch mit der Sonne und mit Wind wir genug Strom irgendwann produzieren können, aber halt nicht in diesen Blackout-Zeiten. Das bedeutet nachts, wenn es regnet, wenn es schlecht ist, wenn es windstill ist. Und ich glaube, damit könnte man halt einfach einen ganz günstigen Strommix produzieren. Und nicht so wie die gute Frau Katrin Göring-Eckardt gesagt hat in, ich glaube, Fantasie, dass ja das Atomkraftwerk für Instabilität des Stromnetzes sorgt. Das ist nämlich nicht der Fall, sondern man kann Spitzen abfangen und kann das punktuell hochfahren. Und ganz neue Atomkraftwerke, die jetzt auch überall auf der Welt entwickelt werden, denke ich, brauchen erstens weniger Platz, zweitens bieten weniger Gefahr und drittens können die auch günstig Strom produzieren, weil die nicht mehr die Auflagen beziehungsweise nicht mehr die hohen Kosten produzieren einfach. Das ist so der kleine Punkt. Wie siehst du das? Ich glaube, die Kollegin Katrin Göring-Eckardt ist sowieso für Experten in nur ganz, 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 ganz wenigen Fachbereichen einzuschätzen. Einer davon ist wahrscheinlich Kirchenleader und danach hört es schon auf. Also wer sich da mal amüsieren will, der sollte mal die Twitter-Posts von ihr durchlesen. Das ist wirklich jenseits von Gut und Böse, wie man so fernab der Realität leben kann. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Berliner Bubble. Genau, sowieso, ja. Also was ich tatsächlich positiv finde, aber auch mal wieder so bezeichnen, du sagst schon, es gibt quasi eine EU-Richtlinie oder EU-Vorgabe, wie die Stromsteuer gestaltet sein sollte. Und natürlich müssen wir in Deutschland über diese Richtlinie drüber hinausgehen, weil der EU-weite Stromsteuerstandard reicht uns natürlich nicht, sondern da muss dann noch was obendrauf gepackt werden. Und ja, dass es eben nicht so ein markteingreifendes Mittel ist, was vorgeschlagen wird, sondern ja, einfach die Senkung der Steuer. Wir brauchen keinen Deckel, wir brauchen jetzt keine Sonderabgabe, um die Stromsteuer umzulegen oder keine Ahnung was, sondern einfach, ja, stumpfer Vorschlag. So, das könnte der Staat sich, könnte er sich erlauben, wahrscheinlich auch finanziell, wenn man an der einen oder anderen Stelle vielleicht dafür ein bisschen weniger ausgibt für den einen oder anderen Bereich. Gratwege in Peru. Zum Beispiel, klassiker Beispiel im Moment. Aber ja, absolut sinnvoll, wird direkt quasi beim Verbraucher, also sowohl Privatpersonen als auch Unternehmer ankommen und die natürlich entlasten. Also, ja, könnte man sich auf jeden Fall schon mal gut vorstellen, dass das einen spürbaren, positiven Effekt auf die Leute hat. Und genau das ist es ja, was irgendwie aktuell so fehlt, kann man ja sagen. Also, viel wird gemacht für das gute Gefühl, für die gute Stimmung oder keine Ahnung was oder für die Zukunft. Eine Zukunftsinvestition ist sowieso das größte Quatschwort, das es gibt, weil jede Investition eigentlich für die Zukunft ist. Aber das wäre jetzt wirklich was, was heute oder sobald es eingeführt wird spürbar und einen positiven Effekt einen hätte. Und deswegen eigentlich wünschenswert, dass da in die Richtung was passiert. Wenn dir dieser Clip von unserem Podcast Geld schläft nicht gefallen hat, lass jetzt unbedingt ein Like auf dem Video da und abonniere unseren Kanal. Hier findest du einen weiteren Clip von unserem Podcast und so kommst du zur Podcast-Folge in ganzer Länge.